Der Salomon Speedcross hat sich mit seinen Laufeigenschaften in die Herzen vieler Läufer gerannt. Und mit seinem extremen Profil fühlt er sich auf den verschiedensten Trails richtig wohl. Dennoch hatte Salomon einige Ideen, um ihn weiterzuentwickeln. Herausgekommen ist der neue Speedcross 4. Wie eh und je ist der Speedcross leicht, dynamisch und dennoch stabil. Getunt wurde das atmungsaktive Obermaterial. Im Vergleich zum Vorgänger ist es flexibler geworden und schränkt so die Bewegungen deines Fußes nicht ein. Vor Steinen, Geröll und Wurzelwerk brauchst du dich weiterhin nicht zu fürchten, denn Overlays auf dem robusten Obermaterial schützen deine Füße. Eine Laschenabdeckung verhindert das Eindringen von Sand und Stein. Das CS im Namen des Schuhs steht für Climate Shield, eine wasserabweisende Ausrüstung, die für trockene Füße sorgt. Auch der Speedcross 4 kommt mit einem Quicklay-Schnürsystem samt Senkeltasche daher. So sind die Schnürsenkel sicher verstaut und du hast den Schuh schnell geschnürt. Dank der Dämpfung der EVA-Zwischensohle in Kombination mit der Lightway-Muscle-Technologie sind auch längere Strecken auf den unterschiedlichsten Untergründen easy gemeistert. Das Laufgefühl bleibt dabei stets sicher und der Speedcross gibt dir auch bei schnellen Bewegungen und Richtungswechseln genügend Halt. Denn die griffige Außensohle packt auf weichen und schlammigen Trails kräftig zu und sorgt für eine gute Rutschfestigkeit. Wenn du für deine Läufe im Gelände einen leichten und schnellen Schuh suchst, dann sollte der Salomon Speedcross 4 CS auf jeden Fall auf deiner Liste stehen. Du bekommst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder im Online-Shop auf runnerspoint.com.